hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge mario striker aus battle league football wir haben letztes mal das erste pokal turnier den kanon pokal gespielt und heute geht es weiter mit dem zweiten pokal und zwar der combo pokal ja aber dafür werden wir vorab noch mal unser team ausrüsten letztes mal mit kapitän mario gespielt heute habe ich mir gedacht wir spielen mal mit einem grünen team und deswegen wird luigi unser kapitän combo pokal heißt ich will eigentlich passen und technik recht hoch haben und luigi ist eine ganz gute wahl mal gucken ob wir die noch verstärken können mit einer ausrüstung technik hoch passen runter nein das wollen wir nicht passen für tempo auch nicht so geil schuss für technik der ritterhelm kraft schuss passen ja nee wir gucken mal am anderen technik statt tempo auch nicht passen statt schuss ok dann haben wir die handschuhe luigi kaufen und anlegen das ganze geld das auch brauchen dann habe ich mir gedacht für das team werden wir dann werden wir in diesem fall daisy dazu nehmen mit der dlc charakter die ist relativ ausgeglichen da wollte ich passen noch ganz gerne ein bisschen höher machen das tempo ja gut dann kriegst du diesen schönen helm hier mit der blume drauf ist ja standardmäßig daisy's ding und dann wollte ich das team noch holen joshi weil er grün ist also eine grüne farbe hat und ein tempo ist auch nicht verkehrt passen statt tempo ja alle mit tempo runter wollte ich nicht guck mal mit dem bein macht statt tempo tempo statt schuss nehmen wir einfach den an joshi macht auch tempo der schuss ist trotzdem noch recht gut steht joshi aufholen nice und jetzt wollte ich aber noch einen haben der kraft hat der vielleicht aus der zweiten reihe schießen kann und dafür habe ich mir nächstes mal rosa überlegt schicken helm kraft statt technik joa nehmen wir ihn doch da kann er schön tacklen und richtig andere raushauen über diesen wikinger helm der sieht doch schon groß aus damit gehen wir auch schon in den pokal modus der kombopokal alle mit ausrüstung da haben wir ja gesagt dass wir die joshi reinnehmen dann kommt daisy in der team und bowser und wir sind heute die vorjahre die schaurige villa erst müssen wir die doll spielen die maestros oder die blizzards ja die namen die kann man sich selber nicht aussuchen die sind immer festgelegt auch der eigene team name und die wappen auch nicht wäre noch ein cooles individuelles feature gewesen namen erfinden wappen erstellen aber es geht ja nur um warme football das ist ja hier kein fifa oder football manager oder wie auch immer ein bisschen schlicht gehalten geht halt nur im spiel ein bisschen schade aber nur halt mit arena und spiel mit einer gefettschau-winkel ist halt auch immer so ein bisschen es macht mir keinen verschwinden mit zwei tods und einem anderen joshi na gut dann werden wir mal gucken wie es nur auf ich muss noch mal kurz dazusagen ich habe mir gestern ich weiß auch nur wie ich das geschafft habe so übel auf die zunge so ein bisschen wenn ich jetzt gleich mal irgendwie gut wenn ich nicht spreche beziehungsweise irgendwie komisch anhöre dann kannst du eventuell daran auch liegen ja das ist ein richtiger fail ja das ist ein richtiger fail ja das ist ein richtiger fail das hätte ein erstes tor sein können ja aber letztes mal haben wir auch schon einige hyperschüsse gesehen die würde ich natürlich heute versuchen auch mit jedem mal zu schaffen okay das ist wahrscheinlich eine gute kommunikation und dann eine bombe ah ok dann ey haut doch noch ein joshi um ich glaube es ja wohl wir haben hier eine renner joshi mit einem schönen turbo-trekant oh der war schon oh ja sehr schön ach Banane okay ist abgewehrt oh schlägt oh jetzt kriegen wir ein Problem oh unser Hyperschuss ist gleich schon mal vorbei ich komme nicht an den Ball ich komme nicht an den Ball ich komme nicht an den Ball so ein Tor oh ist das ärgerlich Schlimmer ist dass der Hyperschuss vorbei ist das wohnt mich viel mehr weil so oft kriegt man ja auch nicht einen Schlimmer ist ok er ist schon vorbei die Banane hier im Moment los nicht geladen hat ja gut sehen wir das mal zu das auch mal ein Tor machen und dann wieder schießt du einen fehlseitig an Luigi komm schon mach doch mal den ich kann nicht aus ich komme aber auch nicht wirklich in diese Presension hier haben wir dann wieder einen mit dem Schuss da muss ich nicht auch mal den Ball kriegen komm jetzt werft ihr Zeit läuft. Eigentlich könnte der Yoshi mich so... Ah, nicht so gut. Eigentlich hätte der Yoshi mich daneben so wegbocken können. Jetzt geht er um ein Ei. Und er kommt raus. Und er kommt raus. Ja, ein Po. So oder so hätte ich mich vorstellen können, genau. Ich würde eigentlich noch mal schnell zum Tor ziehen. Deswegen habe ich jetzt wieder gedacht, ich habe einen Panzer. Das hat nicht ganz geklappt. Jeder Sorge ist alles nicht zu riskant. Ich hatte vorgehabt. Boah. 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 Die nehmen wir momentan vom Boden aus auf. Ich habe das alles ein bisschen improvisiert, sag ich mal. Mit dem Boden auf den Kissen vor mir hochgestellt, wenn ich sie gut reinsprechen kann, weil der Ingame-Sound ist so laut und bei der Switch kann man den nicht leider schnell. Kopfballtor von Luigi. Flugkopfball wie einst Robin van Persie. Wow. Das gucken wir uns nochmal hinten an. Mit dem Salto, ja, nice. Luigi kann es. 3-1. Wobei, in den Überschuss konnte ich das ganze Spiel nochmal drehen. So, Banane sind eingesetzt. Die Zeitlock gegen den Gegner. Okay. Das ist besser. Okay. Überschuss mit Bowser. Nicht ganz im perfekten Bereich. Wir sehen mal den Überschuss mit Bowser. Okay, er macht den Meep wahrscheinlich dann. Ja, Quatsch mit Wagen. Nein, Quatsch mit Wagen. Heiß ist. Ne, leider nicht. Nachschuss. Oh, da liegt der grauen Weg. Gibt's doch gar nicht. Sonst hält er nix und dann liegt der grauen Weg. Passt. Das erste Spiel heute läuft noch nicht so gut. Aber wir können es auch noch teigern. Jetzt bauen wir den klein. Ich bin mich mal um. Zeit von der Uhr nehmen. Das erste Spiel ist gelaufen. Ja, wie gesagt, ich nehme momentan vom Boden aus. Wir haben ja alles geproduktiert. Wenn wir Instagram folgen, dann können wir uns auf Bild sehen. Wir haben meine Beiträge gespeichert. Ist halt gerade so, bis der Schreibtisch da ist, dann läuft es alles ganz normal ab. Drei Überschüsse. Ja, wir haben sie von Daisy, von Yoshi und von Bota gesehen. Jetzt gibt es noch Luigi. Die werden wahrscheinlich einen Staubsauger oder einen Tornado oder so haben. Das kennt man ja von ihm. Technically haben wir 19, acht Items genutzt. Oder geht also noch mehr Items genutzt. Okay. Beidesitz waren wir auch schlechter. Aber egal. Beidesitz macht halt keine Tore. Ne alte Weisheit. Nur komischerweise wird Bayern München trotzdem immer Meister. Und die haben halt immer mehr Beidesitz. So, jetzt spielen wir gegen die Blizzards. Gott, auf geht's. Die Arena wird sein. Okay, wir haben die Wüste gewählt. Das ist auch die erste Welle. Neue Welt. Und dadurch bedingt, wir hätten auch drei Wellen betrieben. Die kostenlos sind zum Downloaden. Das heißt, es muss die Charaktere geben. Wir müssen nur zwei Welten. Ich habe im letzten Part schon mal gesagt, die Charaktere sind auch die Mütter, die sind Digicom. Eventuell nur so Bosa Junior. To Dead oder Viedo. So wie eine Frauenfokie. Eventuell auch Luna. Bluepaw wäre noch eine Möglichkeit. Den habe ich im letzten Part gar nicht mehr lebt. Aber auch Kukop, Knochen Trocken. So wie auch Paulina. Ja, so Kukop-Om. Wu-Hu. Mit Herrn Tyrannia, Wiggler. Könnte natürlich auch nicht sein. Und da Rario. Also den Wiggler von Nintendo hat immer sehr viele Überraschungen. Und die kann auch parat haben. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die Kuker-Linne hat mit kleinen Bosaus, die den alle nicht dringend vorkommen. Ich bin einfach zu fühle. Oh, Jutschi. Let's go. Schön tanzt. Nicht in Brasilianisch, man. Hehehe. Der kleiner Bruvillianer. Joa. Also ich würde Knochen Trocken feiern. Vigikon würde ich feiern. Knochen Bosa fände ich auch irgendwie cool. Also Knochen Trocken oder Knochen Bosa halt. Ja, aber was für die Rüge oder so sind wir über den Bereich nicht? Das ist ja auch nicht. Nicht schlecht. Joa. Hier am Boden. Knochen. Fane ist ja bald. Ich dachte, ich hätte auch nicht. Nein, perfekt, aber ich hab da noch gute Ausgangsbewegungen gemacht. Oh! Da ist noch mal der Trick. Der Trick hat Lava, wenn der Trick hat und der Trick über sie zielt. Den hab ich auch schon mal im Spiel gebracht. Vor x Jahren wurde ich noch mal welber aktiv war. Ja, ganz cool. Allerdings auch nicht so einfach und weiß nicht wo es ist. Der ist besser und einfacher. Aber es sieht ganz gut aus. Aber ich sag mal so, wenn ich den 5 mal versucht hab, hat der 2 mal gelungen. Das eine mal sah da richtig elegante Bude aus, das andere mal sah das eher verrugelt nach einem Zufallsprodukt aus. Yoshi hat auch noch eine Bude. Und die anderen 3 mal hat es halt nicht gut. Das eine war ein bisschen mehr dabei. Lammiert mich zu sein, aber es sah schon sehr komisch aus. Ich hab mich da selber ein bisschen stolpern gekommen. Und der Ball ist beim Gegner gelandet. Also war sehr unglücklich. Das andere war selber übrigens ausgegangen. Also auch Ballverluste sind mir vorgerufen. Und beim anderen mal hat es nicht geklappt. Aber ich hab den Ball behalten und konnte einfach schwimmen. Der eine oder andere hat es dann mitgekriegt, was ich vorhatte. Weil es Training gut vor auch mal geübt hat und da es oft gut gegangen ist. Und nachdem es dann 2 mal richtig schlecht aussah, was ich geklappt habe, hab ich es halt dann sein gelassen. Und... Soviel dazu. Super Bude. Soviel dazu. Ja, der Spagel-Kristen mal. Der Spagel-Kristen sah cool aus. Er zentriert im Pool. Boah, erstmal noch ein Tor auf dich, Fischi. Ja, Yoshi, wenn du siehst, wie du zauberst. In der Lahn-Animation dann wäre auch super Baud. Was für ein Kopfball. Wieder eine Kraft-Polloblichkeit rum. Reingesetzt. Die fand ich von Dehn hier nicht ganz. Schauen wir uns wieder mit der Knappe ankommen. Und wie ihr wisst, ich werde ja auch immer ein anderes Gerhard hernehmen und noch verschiedene Teams spielen, um einfach mal alle zu zeigen. Aber wie möglich, die Maschine vollhand kreieren. Die Fässigen können die Sample Wolf, die der Toilette war noch genommen, deswegen Easy Goal. Ja, wenn ihr mal die Animationen so laufen lässt und sich auch nur so eine Kratistik anguckt, dann kommt an, für so ein Spiel schon 6-7 Minuten. Das sind die 4 Minuten, die am Anfang oben ausgeschrieben sind. Ah, 7-0. Ich glaube, das eine Spiel habe ich mal 10-5 Minuten oder so. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen. Warte, passt jetzt auch schon raus. Und das 8-0. Easy, easy. Genau so sieht es aus, Luffy. Wollte man sich schon lange nehmen. Ja, skippe ich jetzt mal, weil... Das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Luchige Pin und... Der Held und der Nahschuss ist drin. Und... Jeder Schuss ein Treff. Jeder Schuss ein Treff. Und... Hier. Und das sieht der Toilette noch aus. Wie ist das eigentlich dieser Leister drüber? Also bei Mario Wolf gab es ja auch noch verschiedene Charaktere. Da ist ja auch Pauline. Erstes Mal spielbarer Charaktere drin gewesen. Also zumindest meiner Meinung nach. Das ist das erste Mal, dass sie spielbar. Und das ist jetzt nicht spielbar. Und das ist jetzt nicht spielbar. Das ist ein kleiner. Ähm... Ich weiss Delix! Oh ja! Und wenn ihr das bleibelli hast, dannês noch mal ne Runde. Und falls ihr es nicht getan habt und wirklich Spaß bei meinen Videos habt und wenn ihr euch neue Videos freut, dann abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Da kann das viel wär er Videos mehr haben. So weil ich muss noch mehr Eurovideos mehr machen. Asni-Football werden wie Du ein sternkim inferiorer. Wenn du den Earse material корпürenler. Okay, ich kann nicht sagen, weil wir ein Stern und Her�� travaill-Klayer... Okay, das ist ja ein Fly Guy. Wenn wir jetzt den Fly Guy... ...lässt noch mal Zeit auf. Komm, heiße ich, geht zu los, geht zu los, geht zu los, geht zu los. Nee, der war zu gut. Konnte nicht halten. Äh... Ja, so wie ich das sag, auf meine Videos, abonnieren. Die werden auch leichter lassen. Das zeigen wir einfach, dass ihr Bock auf mehr habt. Und es werden jetzt in naher Zukunft, also in Oktober, wird das Spiel... Können wir überlegen, 20. Oktober, glaube ich. Da kommt das Spiel 11 zu 2. Voll. Da kommt das Spiel Mario & Rabbids. Sparks & Wolfs aus. Zweite Teil. Den werde ich let's playen. Davor will ich noch... Das habe ich nicht gemacht. Ich habe privat aber schon gespielt. Aber schon wieder einen Stern. Okay, wenn man weit hinten liegt, dann ist das eigentlich auch gut, dass ich einen Stern kriege. Und natürlich nach dem Patch, nach dem Update reduziere. Der Mario & Rabbids Kingdom Battle werde ich noch aufnehmen. Probe auch ein oder zwei Videos dann rausnehmen. Das ist einfach jetzt halt nochmal die Vorfreude, schon mal wieder zu fliegen und auf das neue Spiel nachher Vergleiche ziehen zu können. Oder einfach, da kann ich schon mal ansprechen, was ich in dem Dingens gut fand oder nicht so gut finde. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf das Spiel. Und natürlich Ende November, 18. November, geht's los mit Pokémon. Karmelsieb oder Purpur. Wenn ich es spiele, weiß ich nicht. Eventuell werde ich das Let's Play mit Karo starten. Eventuell geht es vielleicht auch Handi dabei sein. Vielleicht machen wir das Ganze zu dritt. Es hieß ja immer in den Trailern, man kann Abenteuer mit mehreren Spielern machen. Ja, also das Ganze nochmal austesten. Ansonsten werden wir vielleicht auch mal gucken, wenn das Abenteuer angefangen hat, dass wir vielleicht online zusammenspielen und das Ganze live streamen. Und einfach mal schauen, was da so geht. Wie es wird, weiß ich nicht. Im letzten Part wurde ein bisschen mehr auch so Terra-Kristallisierung bekannt gegeben. Ist alles so zu verhalten wird. Das werden wir dann mal nehmen. Okay, jetzt kommt der zweite Gruselwelle fürs Finale. Einlauf kennen wir jetzt. Wir spielen gegen die beiden Toads und Loshies. Und mal schauen, was das läuft. Eigentlich war auch für dieses Jahr ein Let's Play zu... Da wurde auch übrigens schon mal gefragt. Da kommt ein Let's Play zu Advance Wars 1 und 2 Reboot. Das sollte für den Nintendo Switch bescheinen. Das ist 0 im Finale. Dieses Let's Play muss sich verschieben oder wird eventuell nicht ganz ausfallen. Wie habt ihr es dann bekommen? Weil aufgrund des Krieges in der Ukraine wollte man ein Krieg spielen und nicht veröffentlichen. Ja, einige, die es vorbestellt haben, runtergeladen haben, konnten es schon spielen und haben vielleicht noch Videos dazu aufgenommen. Ich hatte es mir als Vorbesteller aufgenommen. Also Warenbox habe ich vorgestellt. Ich wollte es eigentlich vorbestellen. Und dann ist es nochmal verschoben worden. Dann war ich schon mega Piss. Und dann ist es ganz ausgefallen bis Ende des Jahres. Und deswegen weiß ich nicht ob ich überhaupt spielen will. Eher den Pokémon, was wir Titel uns noch erwarten. Und ich will auf jeden Fall das neue Kirby Game auch nochmal spielen. Da wird noch nichts zu bekommen. Es wird aber auch immer noch verschoben. Und dann soll ich gerade Rabbids King im Battle noch aufnehmen. Und dann das neue. So haben sie auch gerade super auf jeden Fall noch. Weil es macht zur Zeit noch mega viel Spaß. Und noch ein bisschen rein kann, das ich schon euch gehört. Vielleicht weiß das, dass man so mit der ersten Pokale durchspielt. Die Schwierigkeit quasi sich nochmal verknüpft. Also es wird auch immer richtig. Ich habe hier einen Super-Suss gekriegt. Okay, ich komme noch ein bisschen rein. Hier sieht man, wie sagen wir es heute in der Combo-Pokale heißt. Und die Rennen. Okay, der war scheiße. Der scheiß ist gepasst. Überleute hätte ich höchste Animationen gedreht. Es geht am schnellsten. Es geht trotzdem recht gut. Ansonsten bei Daisy. Über Mario. Hier ist es drin. So wollen wir das eh. Das ist das Video. Ja. 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 Das ist halt auch mal schwierig. Ja. Weil es mit Corona geht. Bei uns stehen auch privat jetzt noch einige Termine an. Aber dazu, wie gesagt, auf Instagram könnt ihr dann mehr lesen. Das ist ja nicht ganz so wichtig. Das ist dein Ding, die es auch noch anschreiben. Beitrag. Ja. Aber ihr könnt in der Regel sagen, wie das jetzt. Dienstag, Donnerstag auf dem Kanal mit Football kommen geht. Und, ähm, ein Letzt Play, was den Kanal geprägt hat. Der ist mit Anfängen, sag ich mal, bei mir. Und der auch immer noch viel läuft. Und, ähm, ein bisschen von Snapdrust. Und der will ich auch wissen. Von dem entspricht der Super-Burger. Der hätte es uns auch geholt. Scheiße. Okay. Willkommen im Spiel. Ob ihr Bruder läuft, den Super schon geholt. Dann setzen wir rein. Der Super-Smash-Buzz. Und hier auch nie. Ich wollte ja noch mit allen Charakteren den Classic-Monus durchspielen. Die Abenteuer-Monus. Das Donner-Monus. Ganz cool. Und das Ganze werde ich heute. Bei diesem Freitag natürlich getroffen haben. Und dann kommt es mir auch noch an. Und wenn die Geister-Tafel den Turnier wohl losgeht. Ja, wir werden halt alles machen. Und hier ist noch frei gefressen. Gut angewollt. Und hier ist noch ein Panzer. Okay, wo ist das trotzdem daran? Aber die Kraft in dem Schuss hier. Okay, da kommt jetzt noch mehr hin. Und der Polterheld. Ich sehe mich doch doch ganz gut, wenn man sich ein Item aufgeladen hat. Ich sehe einfach nicht. Ich sehe mich doch ungefähr. Ich sehe mich jetzt einen Ball mit dem Planarien. Ich sehe mich, dass der Planarien in Liegt. Ok, und daisy ist ausgerutscht. Jetzt müssen wir uns auf die Schuss verdanken. Ja, sonst haben wir uns nicht zu dicht. Ich sehe mich da. Ich sehe mich jetzt mal die Februar vorbelohnt, eh. Ich habe das Video am尷尬 mit dem Planarien in den Halbieren. Wir würden mich einfach nicht in viele Kreise. Ich würde mich dann mit ihm aufgeladen. Ok, gut. Uji Uji ist kein klassischer Spiel Auch wenn er uns so gut vorstellt Für wen Charakter in Spielraum? Spielt ihr das Spiel überhaupt? Wenn ihr euch in der Spielraum reinlasst, dann kriegt ihr auch noch einen Hundertruck Welche Charakter sucht ihr euch noch? Ganz dauerlos Jetzt gehts aber hier richtig zu Sachen Das schon zu machen Okay, im letzten Moment er weggegräbt Bei der Sternbuch gerade zu Ende Das finde ich geil beim Ursachen, wenn er gegräbt Wo sich ein Panzer verzieht, den man kennt Den Superschutz, wenn man sich einsetzt Zumal der Tod hier noch einen Stern hat Er kommt nicht mehr zum Schuss Damit hätten wir eine Pokal gewonnen So, jetzt kommt die Kriegesfeier Statistiken, Pokalübergabe Dann ist das Video schon wieder zu Ende Den nächsten Tag Vielleicht kann sich ja ein anderes Team zusammenstellen Und... Joa, diesmal haben wir wenig Vorschüsse gehabt Der Test war ausgeglichen Die beiden sind zwar extrem schlecht Aber auch nur 4-0 Das passt ganz gut mit den Statistiken Und... Und... Da sind die Vorreds Die Siege Der erste Tag Wenn wir dann eine Farbe nehmen Und wir dann auch das Team nehmen Und... Die nächste Pokal Und... Vorher werden wir uns natürlich Mal fast ein Ausdiffern holen Der scheint schwer zu sein Der Pokal Vorreds ist ein bisschen tollpatschig Kommt auch hinzu Wir haben 400 Münzen Aber wir 98 Münzen zum Ausgeben Ich hoffe euch hat's gefallen Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei Bis dahin Bleibt gesund Und... Ciao Ciao